Die Wienerin Katrin Menzinger ist in Deutschland als Tänzerin durch die Show Let's Dance bekannt geworden. Doch hat die Katrin Menziger einen Freund? Dieser Frage sind wir auf den Grund gegangen. Hat Katrin Menzinger einen Freund? Ja, Katrin Menzinger ist aktuell vergeben. Nach einer langen Beziehung zu ihrem Tanzpartner Vadim Gabusov hat Menzinger nun wieder eine neue Liebe gefunden. Als Profitänzerin lernte Menzinger Gabusov kennen. Jedoch hielt die Beziehung nur bis zum Jahr 2015. Unglaubliche sechs Jahre waren die beiden ein Paar. Aber schließlich sollte es einfach nicht klappen. Die ehemals Verliebten versuchten noch befreundet zu bleiben. Ob die Freundschaft wirklich funktioniert hat, ist in der Öffentlichkeit leider nicht bekannt. Die Tatsache, dass Katrin Menzinger nun wieder vergeben ist, mag die Freundschaft wohl auf eine neue Probe stellen. Wer ist Max Boas? Der neue Mann an Katrin Menzingers Seite heißt Max Boas. Zum ersten Mal machte sie die Beziehung auf Instagram publik. Hier lassen sich mittlerweile reichlich romantische Bilder finden. Wer Max Boas genau ist und ob er vielleicht selbst Tänzer ist, konnten wir leider nicht herausfinden. Auf seinem Instagram-Account gibt er an, Marketer, Foto- und Videografiker zu sein. Sehr ersichtlich für alle Fans von Katrin Menzinger ist aber. Dass das Paar auf Wolke 7 schwebt und das ist doch das Wichtigste. Alle wichtigen Fakten zu Katrin Menzinger und Max Boas auf einem Blick. Katrin Menzinger ist eine Profitänzerin aus Wien in Österreich. Sie erlangte Bekanntheit durch ihre Teilnahme bei Let's Dance. Bis 2015 führte sie eine Beziehung zu dem Tänzer Vadim Gabusov. Ihr letzte Beziehung hielt sechs Jahre. Nun hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite namens Max Boas. Viel ist über ihn nicht bekannt. Das Paar zelebriert die Beziehung auf Instagram nach einer langen Beziehung zu Vadim Gabusov. Die sechs Jahre lang hielt, ist die österreichische Tänzerin Katrin Menzinger nun in einer neuen Beziehung. Der Mann an ihrer Seite heißt Max Boas und das Paar begeistert mit reichlich romantischen Fotos bei Instagram.